Hallo und herzlich willkommen zu Freie Waffen Reviews Deutschland. Wie viele von euch mitbekommen haben, gibt es ja endlich wieder ein Desert Eagle Schreckschuss Nachbau und zwar die Retay Big 50. Die Big 50 steht hierbei natürlich für das ikonisch und lächerlich große Kaliber 50 AE der scharfen Desert Eagle. Die Schreckschuss Version sind allerdings natürlich nur im Kaliber 9mm PRK. Das Besondere und Ungewöhnliche ist, dass die Retay Big 50 gleich in 5 verschiedenen Versionen rausgekommen ist. Und die Unterschiede sind viel deutlicher als bei vielen anderen Versionen von Schreckschusspistolen, denn hier haben wir unter anderem eine andere Aufbauversion, eine andere Materialwahl und eine andere Oberflächenbeschichtung. Dieses Video soll kein ausführliches Review zur Big 50 werden, ich habe nämlich leider auch noch keine da, sondern ich möchte hier lediglich die Unterschiede zwischen den 5 Versionen aufzeigen. Wir sehen die 5 Modelle hier oben links die Big 50 LW in schwarz, oben rechts die Big 50 LW in chrom unten links die normale Big 50 in schwarz, unten rechts die normale Big 50 in chrom und in der Mitte die Big 50 XL. Um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß diese Schreckschusspistolen eigentlich sind, natürlich ganz getreu der originalen Desert Eagle, die ebenfalls eine riesige Pistole ist, schauen wir uns mal die Länge der Pistolen an. Und zwar ist diese 22,7 cm. Das ist enorm, wenn man mal überlegt, dass zum Beispiel eine Walther P99 nur 18 cm lang ist, da macht es so 22,7 cm schon einen großen Unterschied. Die Big 50 XL, die wir in der Mitte sehen, ist sogar 28,5 cm lang und das muss man sich mal bildlich vorstellen, es ist fast so, als ob man ein 30 cm lineal in der Hand halten würde. Und damit kommen wir auch direkt zu den verschiedenen Modellen. Fangen wir an, oben links bei der Big 50 LW. Das LW steht für Lightweight, also Leichtgewicht. Der Name kommt daher, dass die Lightweight-Versionen, die beiden, oben links und oben rechts, nicht aus Vollmetall gefertigt sind, sondern das Griffstück, sprich alles unterhalb des Verschlusses, aus Kunststoff, genauer gesagt aus Polymerkunststoff haben. Verschluss und Laufpaket, was man oben sehen kann, sind allerdings weiterhin aus Metall. Die Lightweight-Version gibt es, wie gesagt, oben links einmal in schwarz und oben rechts einmal in verchromt. Bei der verchromten Version ist allerdings auch nur Verschluss und Laufpaket verchromt und das Griffstück weiter in schwarzem Kunststoff gehalten. Dass das Griffstück aus Kunststoff oder besser gesagt aus Polymerkunststoff gefertigt ist, ist mittlerweile sowohl bei scharfen Waffen als auch bei Schreckschusswaffen üblich. Das ist eine ziemlich einfache Möglichkeit, da das Griffstück nicht so hohe Belastungen aushalten muss und auch in Polymerkunststoff in der Regel stabil genug ist und man damit das Gewicht der ganzen Waffe natürlich deutlich reduzieren kann. Da es sich dabei allerdings um eine so große Schreckschusspistole handelt, ist das mit dem Lightweight allerdings natürlich nur bedingt gelungen. Die beiden Lightweight-Ausführungen wiegen nämlich 1055 Gramm, also über ein Kilo, was immer noch extrem schwer für eine Schreckschusspistole ist. Zum Vergleich, die allseits bekannte Walter P99 Schreckschusspistole wiegt zum Beispiel nur 660 Gramm. Und damit kommen wir zu den normalen Big Fifty-Versionen ohne Lightweight, unten links in schwarz, unten rechts in verchromt. Diese unterscheiden sich technisch kaum zu den oberen, der Unterschied ist allerdings, dass auch das Griffstück, also wie gesagt der Griff plus Abzugsbügel und alles was unterhalb des Verschlusses ist, ebenfalls aus Metall gefertigt ist. Und dadurch erhöht sich das Gewicht natürlich noch einmal gegenüber der Lightweight-Version, während diese 1055 Gramm wiegen, wiegen die normalen Big Fifty-Versionen bereits 1365 Gramm, also nochmal gute 300 Gramm schwerer als die eh schon schwere Lightweight-Version. Einen Unterschied gibt es nun noch bei den beiden normalen Versionen gegenüber der beiden Lightweight-Version. Wem es vielleicht aufgefallen ist, die beiden rechten verkromten Pistolen sind tatsächlich nicht gleich, sondern haben eine unterschiedliche Optik. Bei der verkromten Lightweight-Version oben rechts ist nur Verschluss- und Laufpaket verkromt, während bei der normalen verkromten Big Fifty unten rechts die gesamte Waffe verkromt ist, sprich auch das Griffstück. Was sich relativ leicht dadurch erklären lässt, dass eben da auch der untere Bereich aus Metall ist und man diesen im Galvanik-Verfahren ganz gut verkromen kann. Man kann zwar theoretisch auch so Kunststoff verkromen, allerdings muss ich da ehrlich sagen, verkromtes Plastik sieht doch irgendwie immer billig aus. Abgesehen davon hat dieser Unterschied uns natürlich noch eine weitere Farbvielfalt beschert und zwar haben wir wie gesagt jetzt eine zu Hälfte schwarz, zu Hälfte verkromte Version und eine vollständig verkromte Version. Also wie gesagt, die LW-Version, Lightweight, Kunststoff-Griffstück, Metallverschluss, Metalllauf und die normalen Big Fifty-Modelle aus Vollmetall und bei der Chrom-Version ist dort dann auch das Griffstück verkromt, während bei der schwarzen Version eigentlich bis auf den Schriftzug LW oder nicht LW kein optischer Unterschied festzustellen ist. Und damit kommen wir zum fünften Modell und zwar dem, was wir in der Mitte sehen, der Retay Big Fifty XL. Als ob die normalen Desert Eagle Nachbauten nicht schon XL genug wären, wollten sie noch einen draufsetzen und haben noch eine zusätzliche Version mit einem aufgesetzten Kompensator herausgebracht. Und die erste Frage, die wir uns da natürlich stellen, ist denn die XL eine LW-Version oder eine normale Version? Ist das Griffstück aus Kunststoff oder aus Metall? Tatsächlich gibt es die XL-Version nur in der Nicht-LW-Version, das bedeutet kein Kunststoff und auch das Griffstück ist bei der XL-Version immer aus Metall. Außerdem hat die XL-Version als einzige oben auf dem Lauf eine 22mm Picatinny-Rail, auf der man zum Beispiel Zubehör wie ein Red-Dot-Visier montieren könnte. Das macht natürlich bei einer Schreckschusswaffe überhaupt keinen Sinn, aber vielleicht für die Optik. Durch den Kompensator erhöht sich natürlich auch nochmal das Gewicht zusätzlich. Wie gesagt, die LW-Version 1055 Gramm, die Standard-Version 1365 Gramm und die XL-Version wiegt sogar 1440 Gramm. Wenn man sowas in der Hand hält, muss man es sich also fast so vorstellen, als ob man eine anderthalb Liter Wasserflasche am ausgestreckten Arm hält. Und gleichzeitig ist die Retay Big 50 XL damit mehr als doppelt so schwer wie eine Walter P99 Schreckschusspistole. Auch die Länge erhöht sich dadurch natürlich noch einmal zusätzlich. Wie gesagt, eine Walter P99 18cm lang, die normalen Retay Big 50 Modelle 22,7cm lang und die XL-Version ist sogar 28,5cm lang. Und auch das muss man sich mal bildlich vorstellen. Es ist dann nicht nur so, als ob man eine anderthalb Liter Flasche im ausgestreckten Arm hält, sondern auch so, als ob man ein 30cm Lineal halten würde. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde fast sagen, dass die Retay Big 50 XL nicht nur die längste, sondern auch die schwerste Schreckschusspistole ist, die man so kaufen kann. Man kann übrigens zwischen der XL-Version und den normalen Versionen nicht einfach so die Verschlüsse tauschen, denn der Kompensator ist kein Kompensator im eigentlichen Sinne, dass der Lauf genauso lang ist wie bei den normalen Versionen und dann ein Teil des Gasdrucks zum Beispiel auch durch diese seitlichen Einfräsungen im Kompensator entweichen kann, sondern der Kompensator ist reine Deko und ein reiner Fake. Denn der Lauf der Big 50 XL geht tatsächlich dennoch bis vorne zur Mündung. Das heißt, hinter diesen Einkerbungen, hinter diesen Schlitzen sieht man tatsächlich nur den Lauf von außen. Das bedeutet, wir haben hier auch nicht einen integrierten Abschussbecher, wie es zum Beispiel bei einer Röhm RG 96 Match der Fall wäre, bei diesem Kompensator, sondern dieser Kompensator ist wirklich reine Deko, um diese Waffe noch länger zu machen. Und der Lauf geht trotzdem bis ganz vorne und wir haben vorne die gleiche Mündung wie bei den normalen Versionen auch. Ansonsten noch ein paar allgemeine Infos zur Big 50. Die haben alle ein 17-Schuss-Magazin, haben, wie man gut erkennen kann, hinten am Verschluss eine manuelle Sicherung und verfügen ausschließlich über einen Single-Action-Abzug. Das bedeutet, man kann den Haar nicht mit dem Abzug spannen und man kann nur mit vorgespanntem Abzug schießen. Ansonsten kann ich noch etwas zu den Preisen sagen. Das variiert natürlich etwas von Laden zu Laden und Online-Shop zu Online-Shop. Was ich bisher allerdings so sehen konnte, ist, dass die schwarze Big 50 LW ungefähr 180 Euro kostet, die verchromte LW 190 Euro, das Standardmodell in Vollmetall in Schwarz 200 Euro und die verchromte in Vollmetall ungefähr 210 Euro. Da das alles in 10 Euro Schritten aufwärts geht, möchte man jetzt meinen, dass die Big 50 XL dann ja bestimmt 220 Euro kosten müsste. Ich habe sie allerdings auch für 210 Euro gesehen, sprich genauso teuer wie die Vollmetall-Version in verchromt und eben 10 Euro teurer als die Vollmetall-Version in Schwarz. Das soll es gewesen sein zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Modellen. Ich habe mir, wie gesagt, noch keine gekauft. Es wird bestimmt folgen und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich noch gar nicht entscheiden, für welches Modell. Ich finde die normalen schwarzen Versionen sehr cool, die verchromten allerdings auch und die XL-Version gefällt mir auch extrem gut. Ich muss mir also noch mal etwas Gedanken machen. Aber mich würde eure Meinung interessieren, welche der fünf Big 50 Modelle gefällt euch denn am besten? Habt ihr euch sie vielleicht schon gekauft? Und was könnt ihr bisher über die Qualität sagen? Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer hier liken, abonnieren, Glocke, wisst ihr ja alles selber. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.